Herzlich willkommen zum Ausstellungsupdate Folge 6. Ja, nur noch ein paar Tage bis zur Schwabenstein von 23.11. bis 26.11. auf der Messe Stuttgart. Die letzten Tage wurden ja ziemlich viele graue Steine und Teile verbaut, deshalb heute mal die Devise, wir brauchen mehr Rot. Nichts leichter als das, endlich kommt sie zum Einsatz, die Fassade der Fahrzeughalle, hier das Element mit den Toren der Stellplätze 1 bis 6. Insgesamt ist das Element 84 noppenbreit, 3 noppen tief, das bezieht sich auf die Grundmauer, die Fassadenverkleidung und der Nutstein für die Tore. Nicht mitgerechnet. Die Höhe, das sind dann 19 Steine und insgesamt sind es dann 1647 Teile. Bevor wir das Element setzen, machen wir noch die Stellplätze fertig. Innen mit den Linien für die Stellplätze. Abläufe werden gesetzt, dann kommen noch jede Menge Fliesen drauf. Außen wird zuerst die Regenrinne platziert, damit das Regenwasser nicht in die Halle läuft. Hier dann die drei Stellplätze, auch wieder mit Abläufen versehen und die Linien und Zwischenräume dann auch wieder ausgefließt. Am Ende der Linien Richtung Ablaufrinne seht ihr dann noch ein paar Noppen und die Noppen sind dann für die Poller, damit die Fahrzeuge dann nicht gegen die Fassade krachen. Hier nochmal in der Übersicht und wie auch immer, ich habe wieder jede Menge Shorts gemacht, habe sie dann wieder in die Playlist Feuerwehrmock Shorts gepackt. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und da haben wir jetzt das Fassadenteil. Im Modell sieht doch richtig klasse aus. Hier nochmal mit den offenen Toren. Da platzieren wir dann in den nächsten Updates die Fahrzeuge. Wenn alles klappt mit blinkendem Blaulicht. Mal schauen. Dann hier nochmal die komplette Übersicht von vorne links. Jetzt ist doch schon einiges an Rot dabei. Und hier nochmal von vorne rechts. Und ihr seht, die rechte Wand, die fehlt noch. Die kommt dann im nächsten Update dran. Dann der Deckel der Fahrzeughalle wird noch mit dabei sein. Und dann der Übergang zum Treppenhaus. Und im besten Fall soll es da oben dann eine Ebene geben. Damit wir dann, wie gesagt, die Räume, das Treppenhaus und alles weiterbauen können. Abonniert den Kanal. Lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke. Dann werdet auch ihr die nächsten Updates nicht verpassen. Für heute soll es schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt auf auf euch. Bis bald. Euer Opa Andi. Ciao. Ciao.